Nächste Bildschlagzeile fertig gemacht. Bayern wollte Quarazkeia haben. Sie wollten ihn ja nicht. Oder sie wollten ihn nicht haben, noch besser. Gibt es wirklich Scouts, die irgendwo hinfliegen und sich das detailliert irgendwelche unterklassigen oder auch höherklassigen Spiele dort anschauen? Es gibt ja etliche Scouts, wenn man sich mal so umhört, auch teilweise so 400-Euro-Basis und so. Also guck dir mal da das Regionalligaspiel an oder Oberligaspiel und so weiter. Glaubst du, es gibt wirklich für solche Leute oder ist es dann wirklich wieder nur ein Netzwerk, aber gibt es für so eine Leute wirklich Chancen, da auch mal aufzusteigen? Oder ist das vielleicht wirklich einer von tausend, der dann mal das Glück hat? Kannst du was sagen zu Benzedardai, das ist der jüngste der drei? Weißt du, jetzt hast du schon die nächste Wildschlagzeile fertig gemacht. Bayern wollte Quarazkeia haben. Eben nicht. Sie wollten ihn ja nicht. Oder sie wollten ihn nicht haben, noch besser. Noch besser, macht noch mehr Schlagzeilen. Ja, mega interessant. Also jetzt bist du bei Arsenal. Wie ist denn bei Arsenal so ein Scouting? Also bist du da auch involviert, ab und an mal wirklich junge Spieler noch zu holen? Oder geht es da wirklich nur noch für die A-Mannschaft drum? Ich meine, Martinelli zum Beispiel kam ja auch relativ jung. Wie läuft das da so ab? Das hat Benni immer schon oft gesagt. Könnte ja beide auch noch mal sprechen. Er sagte, heutzutage ist eigentlich fast so, fast jeder Scout kennt mittlerweile jeden Spieler. Also in den größeren Regionen einfach, ne? Also wenn es wirklich einen Top-Spieler gibt. Ja, also war natürlich auch ein Umdenken jetzt mit dem Brexit notwendig. Serge Gnabrys, die halt mit 15 alle schon nach Nord-London gekommen sind damals, ist jetzt rein rechtlich gar nicht mehr möglich, weil du erst mit 18 nach England gehen darfst und dort überhaupt auch eine Arbeitserlaubnis eben kriegst. Genauso wie der Spieler, der jetzt nach England geht, auch schon gewisse Punkte erfüllen muss. Das heißt zum Beispiel ein Zweitligaspieler, wenn er kein A-Nationalspieler ist, hat nicht genügend Punkte, um so einen Transfer zu rechtfertigen. Das hat die FA in England auch gemacht, um natürlich die eigenen Talente zu schützen, weil sie gemerkt haben ja, unsere Talente gehen alle frühzeitig ins Ausland, kommen dann hoffentlich zweimal wieder zurück, aber grundsätzlich wollten sie den Spielern die Chance geben, dass ein Sancho halt eben bei Manchester City nicht vier andere noch vor der Nase hat, sondern direkt bei Manchester City bleibt und nicht erst den Umdenken muss. Deswegen hat sich das geändert. Trotzdem, obwohl ich für die erste Mannschaft natürlich zuständig bin und halt für den deutschen Markt, beziehungsweise sogar für den deutschsprachigen Markt, also auch Österreich und der Schweiz, weil es halt eben in den Ländern dann wieder schwierig ist, einen Spieler von Sturm Graz nach London zu bringen, wenn er kein Nationalspieler für Österreich ist, weil er da nicht genügend Punkte hat. Auf der anderen Seite hast du aber in Deutschland natürlich dann die 15, 16, 17 Talente auch schon genauso auf dem Schirm, weil wenn du sie mit Arsenal jetzt nicht ansprichst oder als Chelsea oder als Manu, dann macht es natürlich schon Bayern oder Gladbach oder sonst wer, wenn der Junge jetzt gerade in Nürnberg spielt oder in Bochum oder halt bei der Hertha, dann werden die Spieler schon frühzeitig in andere NLZs ganz viele, weil in Deutschland geht es ja natürlich ab 15, zwischen 15 und 18. Deshalb ist mein Aufgabenbereich genauso, auch die Jugendturniere natürlich zu gucken und zu sehen, wer könnte denn in zwei Jahren für Arsenal interessant sein. Interessant. War das so die Frage, oder? Ja, das war so die Frage. Ich überlege immer, was ich da so an Anschlussfragen dann noch stelle. Du musst sagen, wenn du vielleicht so 10, 15 Minuten vor du los musst, dann können wir noch ein paar Fragen auch gerne aus dem Chat beantworten. Los müssen. Also raus gehe ich heute nicht mehr. Ins Bett halt irgendwann. Ja, ja, genau, das. Flo und ich sind auch, also ich kann ja mal, privater Einblick, Flo ist auch so eine kleine Nachteule. Also den kriegst du auch vor halb eins, würde ich mal sagen, nicht ins Bett. Ja. Früher noch später, aber jetzt habe ich so einen Wecker, der ist sechs Jahre alt. Ja, steht spätestens um sieben. Der steht spätestens um sieben auf der Matte. Ja, das ist meine Horrorzeit. Das ist genau unsere Zeit. Ich glaube, hier muss übrigens einer meiner im Chat gebannt werden. Ich lese es hier gerade nebenbei. Ja. Ich habe jetzt Martinelli auch schon ganz oft gelesen. Ich glaube, da gab es einige Fragen dazu. Ja. Der wurde zum Beispiel, ich meine, das ist ja auch kein Geheimnis, wir haben einen brasilianischen Sportdirektor. Der wurde da natürlich frühzeitig empfohlen und dann auch frühzeitig noch vor dem Brexit, noch mit 17 oder so eben schon nach Nordlondon gelutzt. Und hat sich dann da über die A-Jugend U19 dann eben auch so entwickelt, dass er direkt in Harder aufgenommen wurde. Mit 19 hat er seine erste Einsicht. Das ist aber echt, also bei Martinelli echt eine wahnsinnige Entwicklung. Ich hatte ihn, also dass das ein guter Spieler ist, hatte man ja auf dem Schirm. Ich finde ihn teilweise jetzt aktuell auch immer noch ein bisschen zu eindimensional manchmal in seinem Spiel. Aber das ist halt auch so ein Spieler, der passt da wirklich echt wie die Faust aufs Auge rein. Genau wie Saka, die halt beide extrem lange die Breite halten, die so stark sind im Eins gegen Eins. Und das sind halt auch so die Spieler, um mal einen Bogen zu spannen. Zum Beispiel zu Borussia Dortmund, die ja auch im Spielsystem mit klaren Außen eigentlich spielen in der Breite, die sie aber nicht im Kader haben. Also Martinelli, Saka sind für mich, ich will nicht sagen Paradebeispiel, aber sie kommen dem schon sehr nahe, was ich von einem Winger erwarte, vom individuellen Profil her. Und du kannst da natürlich auch einen Adeyemi hinstellen und du kannst da auch einen Donnie Malen hinstellen. Aber das ist nie so die 1A-Lösung. Und da finde ich es echt krass, wie gut diese beiden Jungs, Saka, Martinelli, dieses individuelle Profil dann auch erfüllen. Ja, aber du sagst einen ganz wichtigen Punkt als Winger. Martinelli kam eigentlich als Stürmer und hat sich auch selbst lange als Neuner gesehen. Echt? Das kann er auch spielen für Nottingham Forest, wenn er Raum und Platz hat, weil er hat einen guten Abschluss, er hat das Tempo, aber er kann halt nicht in engen Räumen vorne mit dem Rücken zum Tor spielen. Dann hat er dann die klare Stärke als Außenbahnspieler. Da muss er aber erstmal hingestellt werden. Das war ja auch lange das Thema jetzt bei Kai Havertz. Das ist ja auch einfach falsche Position vorne auf der Neun, weil das kein Spieler ist, der über 90 Minuten mit dem Rücken zum Tor spielt. Das ist jetzt auch das Interessante, weil viele gesagt haben, okay, bei Arsenal kannst du dich nicht als Neuner spielen lassen, aber du hast da ja, anders als bei Chelsea, viel häufiger die Möglichkeit, mit dem Gesicht zum gegnerischen Tor zu spielen, selbst wenn du als Neuner spielst. Wie häufig ist denn Gabriel Jesus wirklich der Spieler, der als Wandspieler funktionieren muss? Eher selten, das wird Kai Havertz auch nicht sein. Vor allem, falls ja die falschen Neuner sind, die dann eher auch auf die Zehn fallen lassen. Genau. Und mit ihrem Rücken die Martinellis und Sackers, die ja beide eigentlich auch den eigenen Torabschluss eher suchen, als den Pass nach innen, weil sie ja inverse spielen. Also starten die im Rücken hinten in die Spitze rein. Und du als Havertz, Jesus, machst eher den Raum für die auf, indem du den Innenverteidiger rausziehst. Und das finde ich mega interessant, weil das war ja auch so ein Problem, Kai Havertz als Neuner-Deutsche-Nationalmannschaft, das hat halt auch aus genau diesem Grund nicht funktioniert. Wenn man ihn so bei Leverkusen gesehen hat, da hat er, meine ich, häufig diesen rechten Halbraumachter gespielt, damals, wo er wirklich sehr viel Tiefgang in die Box hatte. Und das ist ihn dann, egal ob in der Nationalmannschaft oder auch bei Chelsea, komplett abhanden gekommen. Und deswegen bin ich mal mega gespannt. Ich finde die aktuelle Rolle für ihn auch ganz interessant. Arsenal hat ja auch im Ballbesitz ein bisschen umgestellt. Es ist ja kein 3-Box-3 mehr, zumindest gegen einen extrem tiefstehenden Gegner. Da ist ja 3, Raute 3, eher so das mit den nachschienenden Achtern des Systems. Und da hat er ja so diesen zentralen Zehner-Part gegeben. Und es ist schon wahnsinnig gut. Und auch den Jugger-Part. Genau, immer gependelt zwischen Halbraumacht und zentraler Zehner. Und ich finde die Rolle mega interessant, jetzt bei Arsenal, die er da einnimmt. Und ich glaube, da kann er auch funktionieren, auch wenn er mal als Neuner auflaufen wird. Weil das muss man auch ganz klar... Weil Jesus ist einfach auch nicht derjenige, der dir alle Spiele vom Körper her durchziehen kann. Wird nicht alle Spiele machen. Aber auch da finde ich es dann halt mega interessant, wie er sich in diesen Räumen dann im Endeffekt bewegt. Und super fit. Und man merkt halt einfach, wie gut Kai Havertz in diesem Kombinationsspieler noch ist, auf engen Raum. Und ihm fehlt... Nein, überragend. Genau, sehe ich auch so. Ihm fehlt natürlich immer noch so ein bisschen diese körperliche Komponente. Das wird aber mit Sicherheit noch kommen. Er hat so ein bisschen das Julian-Brandt-Syndrom. Mit, wie groß ist er? Fast 1,90. Würde ich mal tippen. Also bringt schon auf jeden Fall... Ja, auf 1,89 ist er der Havertz, ja. Ja, genau. Und da ist so das einzige Manko, dass er sich ab und an im direkten Eins-gegen-eins ein bisschen zu leicht wegdrücken lässt. Aber wie häufig der sich aus dem Deckungsschatten löst und in den offenen Raum startet, finde ich Wahnsinn. Und das ist halt manchmal ein bisschen was, was mir diese Spielertypen, egal ob jetzt Zaka, Martinelli, Havertz, um Arsenal-Beispiele zu nennen, denn das sind so diese individuellen Profile, die es in der Bundesliga viel zu selten gibt, weil du gehst ja in der Kaderplanung auch ganz häufig auf so 1B-Lösungen zurück. Dann holst du einen Donnie malen, um wieder beim BVB zu bleiben. Vom PSV-Eindhoven, der da immer 9,5 gespielt hat, parkst ihn auf dem Flügel. Im Endeffekt wunderschön, warum es nicht funktioniert, auch bei Karim Adijemi. Ja, warum hat er denn so lange Anlaufzeit gebraucht? Da ist genau das Gleiche im Grün. Ich habe euch gespannt zugehört. Ich musste bloß hier mal kurz nach den Nachrichten schauen. von dem jemanden, der hier so ein bisschen rumbeleidigt hat. Das brauchen wir natürlich nicht im Chat. Deswegen musste ich den mal rausziehen, aber nicht wundern, dass ich mich gerade mal so ein bisschen rausgehalten habe. Also wir können gerne... Oh, was ist jetzt passiert? Cam war kurz weg. Cam war kurz weg. Jetzt ist sie wieder da. Ich glaube, ich habe gerade gefunden, warum ich... Ja, hier bin ich unscharf und mit der Virtual-Kamera gefühlt schärfer. Hört ihr mich noch? Ja. Hört mich noch. Auch, ne? Dafür finde ich immer scharf. Egal, welche Kamera du hast. Ja, das hat von Alex, glaube ich, auch schon mehrfach... Ich wollte noch auf eine Frage eingehen bezüglich Endo. Mach du mal was zu trinken kurz, weil die Blase muss gefüllt werden. Ja, meine muss mal langsam entleert werden. Vielen Wasser. Endo in der Premier League, ob der da bestehen kann? Meiner Meinung nach, weil ich habe den auch... Ja, in dem... Ich liebe klarer Planung, ja. Ich hatte den auch auf meinem Zettel als Wortalternative. Die Frage ist, welche Rolle er in Liverpool einnehmen soll oder auch muss bei dem aktuellen Kader. Weil als jetzt den Spieler, der 80% der Premier League-Spiele durchspielt und da auch dann den Impact hat, da fehlt es dann schon ein bisschen. Aber als Alternative auf der 6 und 8, die dir jederzeit reinspringt und halt auch immer funktioniert. Endo ist, finde ich, so ein Spieler, der hat jetzt in vier Jahren Bundesliga in jedem Spiel immer abgeliefert. Ab und an mal ein kleiner Pick nach oben, aber nie wirklich mal nach unten abgefallen. Von dem her finde ich Endo als richtig einen cleveren Pick für Liverpool. Die Frage ist nur, was machen sie noch? Weil auf ihn jetzt setzen, als der Heilsbringer, weil die 6, 8 war bei ihnen ja jetzt schon ganz schön vakant in den letzten abgelaufenen Spielzeiten. Vor allem, je nachdem, wie Thiago halt immer durchziehen kann, wird es spannend. Aber ich fand das richtig cool mit Flank wegen Knabry. Ich fand die Meldung heute richtig cool, weil ich, wie gesagt, den auch für uns auf dem Squad-Alternative gesehen habe. Aber es ist auch für ihn selber das ist doch voll schön noch, dass in höherem Karrierealter für ihn noch dieser Traum in Erfüllung geht, von dem er immer gesprochen hat. Also das war ja eigentlich eben bekannt, dass er gerne mal in die Premier League wollen würde. Trotzdem war es ja nicht so, dass er jetzt irgendwie ein Spieler war, der gesagt hat, nee, ich dränge jetzt hier auf den Wechsel. Ich dränge jetzt hier auf den Wechsel. Der wäre auch geblieben und hätte noch eine Saison seinen Stiefel sauber runtergespielt. Aber jetzt kam halt das Angebot und ich glaube, natürlich ist der für die Stuttgarter, ich habe auch ganz viele Nachrichten bekommen gestern, für die Stuttgarter ein absoluter Lieblingsspieler. Die nennen den ja auch immer Legendo und tut weh. Aber 18 Millionen ist am Ende halt auch wirklich viel Geld für sie nochmal. Und das können sie durchaus gebrauchen. Ich hatte gelesen, ich weiß nicht inwiefern sich das durch den Porsche-Einstieg verändert hat, aber eigentlich sollte ja auch ein Transferüberschuss erzielt werden, auch aufgrund dieser ganzen Stadion-Thematik, dass es da ausgebaut wurde und so weiter. Also ich glaube, am Ende können sie damit leben und vielleicht können sie den einen oder anderen Spieler, der ja auch immer auf dem Absprung, auf dem Abstell, ne, nicht auf dem Abstellgleis, auf dem Sprung war, dafür dann halten. Also da gibt es ja etliche, wo man nicht weiß, wie es weitergeht, ob das ein Girassi ist, Mavropanos, Sosa ist ja jedes Jahr eigentlich dasselbe. Und da müssten sie dann auch erstmal einen Ersatz finden, wenn wir jetzt, also nichts gegen unseren Mittelstädt-Mitti, aber das sind schon, ist schon eine klasse Unterschied, wenn der dann auf einmal verteidigen sollte, von Anfang an. Ich muss nochmal ganz kurz zu dem Endo-Transfer sagen, kann sein, dass ich jetzt das wiederhole, was Flo vorher gesagt hat, aber... Das kann sein, dann kann ich ja mir kurz was zu trinken holen. Ja, mach das mal. Jetzt wollte ich auf Gelände gehen, aber ich... Ich kann das ja auch alleine, ich unterhalte das ganze Ding ja auch alleine, ist kein Thema, habe ich auch schon gemacht, kannst du auf Klo gehen? Alles gut. Ich finde... Eigentlich auch spannend, wie du Endo siehst. Ich bin aufs Feedback von Chat gespannt, ob wir eine Wellenlänge sind. Ja, weil ich sage, das, was Liverpool gemacht hat, war super clever, weil sie sich Zeit verschaffen mit dem Transfer, weil sie eben nicht dieses Wettbieten eingehen, sondern sagen, okay, wir holen einen Spieler, der in diesem Kader nicht negativ aufhört. Das ist zum Beispiel auch was, was ich mir für die Bayern gewünscht hätte, dass du eben... Es kommt was Ähnliches bei dir zustande. Okay, gut. Alles klar. Das hätte ich mir halt eben auch für die Bayern gewünscht, dass du frühzeitig... Weil, also mal ganz ehrlich, als FC Bayern war es doch klar, dass du sowohl Declan Rice, Schuameni, Kaicedo, das sind alles die 1A-Lösungen, die du aber nicht bekommst und du hättest dich halt frühzeitig anders orientieren können. Du hättest auf einen Eli Skiri gehen können, du hättest jetzt auch wieder einen Zongarek anzuholen, da sind die Gerüchte ja auch aktuell noch nicht so richtig heiß und das macht Liverpool halt clever. Sie kassieren Absagen, sie sind an Spielern interessiert, können das aber nicht finanziell stemmen und da bin ich halt... Kann man, würde ich als FC Bayern ein bisschen neidisch nach Liverpool gucken, dass man die Planstelle jetzt zumindest mal für ein Jahr gut besetzt hat, ohne dass es einen Leistungsabfall gibt im Team. Bis jetzt habe ich die Zeit gut überbrückt, bis du wieder da bist. Hast du super gemacht. Da können wir gleich an Chelsea anknüpfen. Ja. Wie verrückt sind diese Summen, die sie da schon wieder zahlen? Also an sich, wenn man die ganzen Spieler, die sie jetzt individuell haben, muss man erst mal sagen, Chapeau, also auch... Aber... Also 300 Millionen für diese drei Spieler, Enzo, Caicedo und Lavia? Also sie bezahlen natürlich einen wahnsinnig hohen Preis dafür, dass es im Hier und Jetzt funktioniert. Also das sind alles Transfers, die haben zwar einen ultra langfristigen Vertrag, einfach aufgrund dieser Financial Fairplay-Regel, aber das sind alles Spieler, die jetzt hier auch funktionieren müssen. In dieser Saison muss Chelsea sportlich wieder echt einen draufpacken. Und da würde mich auch deine Meinung interessieren, weil im Endeffekt finde ich den Kader, den sie jetzt zusammen haben, finde ich super interessant. Wir hatten es ja auch schon ein paar Mal hier, dass wir gesagt haben, so einer wie Michailo Mutrik könnte in dieser Saison auch nochmal richtig zünden. Also der könnte funktionieren in dieser Saison. Enzo Fernandes hat ein richtig, richtig krass gutes Spiel gegen Liverpool gemacht. Also das sind alles Transfers, die sich jetzt auszahlen. Ich sehe halt aber einfach Pochettino nicht als richtigen Fit für Chelsea. Also der Kader ist ja auch weiterhin noch, der ist ja riesig immer noch, was die da alles an Spielern, also die müssen sowieso ja nochmal, aber guck mal, ich rede gar nicht von den individuellen Spielern. Da sind echt super Spieler dabei, muss man einfach so sagen. Und auch mega interessante, auch in Kunku bin ich gespannt, Nikolas Jackson, wie die da vorne zusammen funktionieren. Aber diese Preise, die sie für diese Spieler bezahlt haben, die sind halt einfach nicht von dieser Welt, auch was sie, das war letztes Jahr, ne? Kutschurella, was haben sie für den ausgegeben? Das ist ja auch das Thema. 70 Millionen haben die, glaube ich, für den bezahlt. Und sie haben halt vergessen, dass auch Kutschurella ein Systemspieler ist. Der hat bei Brighton halt wunderbar funktioniert, unter Graham Potter. Bei Chelsea hat er dann eine Zeit unter Potter dann auch halbwegs funktioniert, aber du merkst, bei Pochettino hat er komplett den Anschluss verloren. Und du merkst bei Chelsea extrem, das wird Flo gleich nochmal bestätigen, dass die sich neben dem Owner, da ist ja zum Beispiel ein Christopher Vivalis nach Chelsea gegangen. Das ist so, was Kaderplanung angeht, ein absolutes Mastermind, den sie da zu Chelsea geholt haben. Aber es bringt dir halt nix, wenn du davon sechs im Verein hast. Klima, ja. Weil jeder hat dann seinen Mind. Genau. Und da ist halt dann das große Problem, dass zu viele Köche verderben den Brei, so ist es bei Chelsea auch. Deswegen haben sie jetzt so einen ultra vollgepuppen Trainer und jetzt mal so ein Spieler wie Ryan Sterling, den hätten sie gar nicht gebraucht. Den haben sie einfach sauter gekauft, weil sie ihn im Hier und Jetzt gefühlt gedacht haben, der bringt uns jetzt hier aufs nächste Level, aber das hat ja nichts mit langfristiger Planung zu tun. Ne. Und wo ich weiß, was das Traurige noch war, bei dieser völlig nicht funktionierenden Chelsea-Mannschaft war am Anfang der Saison eher noch der, am Anfang der Saison nicht dauerhaft, aber eher noch der Beste. Der Einzige, der da noch ein bisschen Schwung reingebracht hat in der Offensive. Aber klar, die Einzelspieler sind toll, aber es ist alles zu teuer. Ich habe jetzt nur Cucciarella als Beispiel genommen für eigentlich ein guter Spieler, aber kein Mensch zahlt für den 70 Millionen. Ich weiß auch nicht, wann der jemals 70 Millionen wert sein wird, aber darüber denkt Chelsea wahrscheinlich sowieso nicht nach. Bei Mudrik ist es dann nochmal was anderes. Selbst beim Kunku. Ein Kunku ist schon ein Spieler, der, wenn er in der Premier League funktionieren sollte, wenn sie das System so hinkriegen, dass er seine Stärken ausspielen kann und der ist ja auch sehr flexibel einsetzbar eigentlich. Den kannst du eigentlich überall hinsetzen in der Offensive. Der kann auch schnell mal 120 Millionen wert sein. Aber das war glaube ich auch ein Ausstiegsklauseltransfer, sonst hätte Chelsea auch wieder über 100 Millionen bezahlt. 100 Prozent. Und da ist halt auch, das ist ein Spieler, zum Beispiel Christo und Kunku. Ich glaube, das haben wir auch schon mal gesagt, da hätten die Bayern viel eher diese Ausstiegsklausel ziehen müssen. Genau das Gleiche kann ich dir jetzt schon sagen, wird mit Dani Olmo passieren. Da wirst du dich in drei Jahren ärgern, als FC Bayern, dass du den nicht geholt hast, weil sie ja aktuell viele Aktien auch bei Florian Wirtz drin haben, wo ich immer noch nicht glaube, dass der jetzt in der letzten Konsequenz wirklich zu Bayern geht, dann auch in der nächsten Saison. Den kann ich mir auch super gut zum Beispiel mal als Bernardo Silva-Nachfolger bei City vorstellen. Aber ein Glück hat Silva verlängert, auch wollte ich nur kurz reinwerfen. Hat er verlängert? Habe ich gestern mitbekommen. Also Sky hat es gesagt, dass er verlängert hat, um ein Jahr zumindest mal. Ja, siehste, also das ist ja schon mal dann ganz gut. Aber so einen Flo Wirtz könnte ich mir halt unter Guardiola auch sehr gut vorstellen. Safe. Da wirst du dir halt den Arsch beißen, dass du solche Spieler nicht frühzeitig holst. Und da bleibe ich auch dabei, genau das Gleiche, da werden sich die Bayern den Arsch beißen, ist, dass sie nicht Ejeskiri geholt haben. Alter, was hast du zu verlieren? Ablösefrei? Ablösefrei, dann bezahlst du halt, weiß ich nicht, irgendwas zwischen 5 und 7 Millionen Handgeld. Aber du hast, du wirst diese Spieler, Declan Rice, Moises Kassero, die bekommst du alle nicht. Sobald ein Premier League Verein mitbietet, ist auch der FC Bayern, Ausnahme Harry Kane jetzt, aber auch da, ist ja auch wieder eine andere Situation, weil kein Verein... Das ist eine andere Situation. Es hat ja kein Verein auf der Neuen in England richtig Bedarf. United hat Holden geholt, City hat Haarland, Arsenal hat Gabriel Jesus, aber sobald bei anderen Spielern ein Premier League Verein mitbietet, hast du keine Chance. Warum gehe ich nicht frühzeitig auf so eine Low-Budget-Lösung, die mir dann im Best-Case sogar noch Zeit gewinnt, weil es geht ja darum, mit so einem Transfer das Team voranzubringen. Das würde, da würde jeder Spieler bei Bayern von profitieren, aber sie machen es halt einfach nicht, aber Liverpool hat es jetzt gemacht. Wenn wir gerade bei Bayern sind, hatte gerade jemand reingeschrieben, warum Bayern nicht Ossie-Mann geholt hat. Ich kann dir ja mal meine Meinung sagen und du kannst ja dann mal deine Meinung sagen. Wir hatten, glaube ich, noch gar nicht da jetzt abschließend drüber gesprochen, seit der gewechselt ist. Wann ist der gewechselt? Die Woche jetzt. Wir hatten noch gar nicht so drüber gesprochen. Meine Meinung dazu ist, dass sie, klar, sie hätten Füllkrug als Übergang verpflichten können. Vielleicht hätten sie dann Harry Kane nächstes Jahr ablösefrei bekommen. Ob sie das wirklich hingekriegt hätten, sei mal dahingestellt, wenn der ablösefrei ist, weil er ja auch noch diesen Premier League-Rekord da hätte brechen können und der hätte ein fettes Handgeld gekostet. Also ob es so viel billiger wäre, weiß ich gar nicht. Es wäre billiger, aber du musst ja auch im Füllkrug trotzdem Ablöse bezahlen und du musst ihn holen und du hast halt Harry Kane jetzt. Zum anderen brauchen sie einen Namen und Das ist ganz wichtig übrigens tatsächlich auch, dass du als Bayern in der letzten Saison nicht irgendwen einfach präsentieren kannst. Das ist nochmal ein Punkt und nochmal, 100 Millionen ist unfassbar viel Geld, aber wir sind in einer Zeit angekommen, der ist 30, ich weiß, der hat keinen Weiterverkaufswert, aber deswegen haben sie ihn auch nicht geholt. Die haben ihn ja nicht geholt, um ihn weiterzuverkaufen. Das ist aber nicht die Transferstrategie der Bayern. Das darf man im Ganzen auch nicht vergessen. Die sind nicht auf eine Kaderwertentwicklung und auf einen Transfer oder einen Verkauf angewiesen. Und, und, erstmal das und nochmal, Höljund, super interessantes Spielerprofil, alles klar, kann auch noch ein Top-Stürmer werden. Allein der kostet mit allem drum und dran 85 Millionen. Ob der sofort bei Bayern funktionieren würde, was kostet denn Osimann, wenn du den wirklich haben willst? 150? Sie haben gesagt, unter 140 sprechen sie nicht. Also, Höljund ist ja auch so, glaube ich, mit der undankbarste Verhandlungspartner, den es auf diesem Planeten gibt und deswegen wäre der, glaube ich, nicht unter 150 gegangen und da ist auch wieder dasselbe Thema. Ich glaube, dass Harry Kane auf jeden Fall nochmal bis Ende Vertrag, bis 27 hat er, glaube ich, 27, 28, irgendwie so, da hat er noch Top-Niveau im Köcher und danach hast du halt im Best-Case eine Matisse Tell. Wenn du jetzt einen Victor Osimann für 150 Millionen holst, dann kannst du den direkt wieder verkaufen. Das ist halt dann auch ein falsches Zeichen. Natürlich ist das ein wahnsinniges Upgrade, aber solange du Vertrauen in diesen Jungen hast, brauchst du halt keinen Victor Osimann. Und ich muss nochmal sagen, das wird nicht passieren. Osimann wird weiter funktionieren und er wird noch eine tolle Karriere machen, aber es waren jetzt ein, zwei richtig gute Saisons von Osimann. Kane, bin ich mir sicher, zu 100 Prozent, dass er funktionieren wird bei den Bayern. Der wird sofort helfen und er ist für mich auch ein Spieler, der, das hat man bei Tottenham ja viel gesehen, der kommt ja gar nicht über eine Sprintgeschwindigkeit. Der kommt überhaupt nicht über sowas. Das heißt, es ist für mich auch ein Stürmer, der eigentlich auch nicht oft verletzt war in der Vergangenheit, der relativ lange auf diesem Niveau spielen kann, weil seine Stärken nichts sind, was im Alter groß schwindet. Seine krasse Abschlussqualität, die bleibt auch, wenn er 35 ist oder die Übersicht. Das ist ja auch der ganz springende Punkt, warum es dann bei Sadio Manet zum Beispiel nicht funktioniert hat, weil dieses physische Attribut, das geht ja halt mit dem Alter irgendwann abhanden. Das ist auch übrigens einer der Gründe, warum zum Beispiel Florian Wirtz nach seiner Verletzung super schnell wieder auf so ein Topniveau zurückgekommen ist, weil er einfach nicht davon lebt, dass der eine extreme Geschwindigkeit mit und ohne Ball hat. Das ist bei Harry Kane genauso und vor allen Dingen, was super wichtig ist, durch den Harry Kane-Transfer und alleine durch seine Präsenz auf dem Platz werden Spieler wie Musiala, Sané, Gnabry, Coman, wie sie nicht alle heißen, auch brutal profitieren, weil er ist ja, Harry Kane ist ja viel auch neuneinhalber, der sich ja wieder tief fallen lässt und was bei ihm Wahnsinn ist, das können halt, ich glaube, es gibt keinen Spieler, Karin Benzmann hat das auf seinem Peak-Level häufig gemacht, als Ronaldo noch da war, also vom Peak-Level hat er natürlich als ein Ballon d'Or gewonnen hat, aber als er dieses Profil erfüllt hat, war das so mit Ronaldo seinem Peak-Level, so beschreibe ich es besser, dass du, wenn du den Ball mit dem Rücken zum Tor bekommst, den mit dem ersten Kontakt sofort tief spielst, das kann Harry Kane so brutal. Alter, bei Tottenham, und man muss ja jetzt wirklich sagen, Tottenham hat ja die letzten Jahre wirklich nicht viel gerissen in der Premier League, aber was du gerade beschrieben hast, 1 zu 1, wie oft er sich fallen lässt, eine Lücke reißt und dann, also diese Bälle, ob die hoch oder flach sind, ob die diagonal sind oder ob die tief sind oder ob die seitenverlagernd sind, die kommen mit so einer Genauigkeit aus dem Stand, das ist wirklich von der Übersicht, also wenn man zuguckt, einfach nur atemberaubend, muss man sagen, also aus dem Fuß Gelenk. Voll, und du darfst halt auch nicht vergessen, dass der nochmal, Flo hat vorhin über Patrick Schick gesprochen und gesagt, diese Entscheidungsfindung im letzten Drittel in der Box, ey, da ist halt Harry Kane nochmal auf einem ganz anderen Level als Patrick Schick, wenn du siehst, wie der teilweise seine Tore außerhalb vom 16er schießt, der erkennt sofort die Lücke, wann nehme ich den Abschluss, wann spiele ich den tiefen Ball und das macht ihn halt vom Profil her so super unrechenbar und ich glaube, ich muss mal Flo schreien, wir haben ja schon was Sorgen. Ist er eingeschlafen auf dem Klo? Kann sein. Oder er hat echt viel getrunken. Ich musste vorhin lachen und er hat geschrieben, Flo hat Magen Darm. Nee, kann ich verruhigen. Er hat heute Morgen schon vier Stunden mit dem verbracht, hat er nicht. Achso, ich dachte, du wolltest jetzt sagen, er war heute Morgen schon vier Stunden auf Toilette. Nee, das nicht, das nicht, Gott sei Dank. Übrigens, nur mal ganz kurz zwischendurch, man kann es nicht mehr hören, aber Diego Demme soll auf dem Weg nach Berlin sein. Das ist schon ein Running Gag, ey. Ich habe den in die letzte Woche versucht, so ein bisschen zu verdrängen eigentlich, aber jetzt kommen wir nicht mal um ihn herum, ne? Es könnte passieren. Es könnte tatsächlich passieren. Es wäre so wichtig, wenn du den noch dazu bekommst. Ey, aber sorry, dann guck dir dann mal den Kader an, also dann kann nichts anderes als der Aufstieg ein Ziel sein. Du hast jetzt mit, hm? Was passiert denn, wenn du, oh, da ist er wieder. Da ist er wieder. Was passiert, wenn? Was passiert, wenn du am Wochenende richtig untergehst in Hamburg? Ist kein Problem, wenn Demme danach kommt und Karbovnik nicht gespielt hat, weil dann können wir ja sagen, Karbovnik und Demme haben noch gefehlt. Außerdem gehen wir nicht richtig unter, weil Kempf und Leistner sind ja fit. Das stimmt. Das ist schon entscheidend, muss man ganz ehrlich sagen. Es muss gerade nach und Flohs Toilette ist in der Nachbarstadt, schreiben die Leute. In London. Ja. Ich muss mich kurz entschuldigen, habe noch mit meiner Frau kurz ein paar Themen klären müssen, weil die jetzt mitgeht. Ein Problem, wir freuen uns, dass du da bist. Ja, danke schön. Sip hat jetzt, glaube ich, schon zum achten Mal wegen Gnabry was möchte er denn gerne wissen. Der Wechsel zustande kam von Arsenal zu Bremen über Hoffenheim Bayern oder wie? Wahrscheinlich. Ja, starkes Olympiaturnier, würde ich einfach mal sagen. Da warst du bei Bayern zu der Zeit? Florentino von Benfica overrated. Hat zwar ein starkes Jahr letztes Jahr gehabt. Endlich sagt das mal jemand, ich kann das nicht mehr hören, dass alle sagen, ich habe ja sogar letztes Jahr teilweise gelesen, dass geschrieben wurde, der hat eine Ausstiegsklausel von 120 Millionen, dass du die ohne Bedenken ziehen kannst. Aber ich will das auch immer nicht, also vollkommen bekloppt. Nein, nein, also damals mit Marcel Baut, eben mein Mentor bei Bayern, der war damals für Manchester United zuständig, ich für Bayern, Benfica geguckt, Florentino und ich sehe da eine High-End-Qualität. Da ist genau dieses Thema wieder, auch der Systemspieler, der passt halt auch echt gut in das, was Benfica spielen lassen will unter Roger Schmidt und der hat sich ja, es muss mit Enzo sogar, glaube ich, noch gewesen sein, wo er sein so extrem starkes halbes Jahr, glaube ich, hatte, Florentino und der hat auch schon sehr, sehr davon profitiert, von dem System und auch von den Spielern um ihn herum und ich sehe halt bei ihm auch nicht, dass du irgendwie da 60, 70, 80 Millionen jetzt auf den Drauf feuerst und denkst, das ist die zukünftige Lösung. Keinen Fall. Provision als Scout, nein und wie gesagt, Selke, sage ich schon, Gnabry, damals brutales Turnier gespielt, zusammen mit Süle bei Olympia und ja, dann hat ja Bremen eben zugeschlagen für kleines Geld und wir waren da natürlich auch mit in der Tür gestanden, sage ich jetzt mal. Jetzt muss, jetzt muss, Davi, du musst auf jeden Fall nochmal, Alex hat so oft jetzt noch Mats Wifa gefragt. Wer? Mats Wifa. Muss ich den kennen, anscheinend? Ja. Sag mir gar nichts. Echt nicht? Nee. Dann ist er nicht gut genug für Arsenal. Sechster von Feinroth. Feinroth, nicht einmal geguckt letztes Jahr. Hast du gar nicht geguckt? Nee. Uff, totales Datenbild auf alles. Wow. Ist jetzt zwar nur Erde-Divisi, aber sieht gut aus, ja. Aber nee, sagt mir tatsächlich nichts. Was für ein Datentool benutzt du? Darf ich das mal fragen? Darfst du natürlich. Das ist von Matchmetrix Scout Panel. Die nutzen die Rohdaten von Yscout und verwedeln Verwedeln die auch, ja. Die veredeln die. Und ja, ist so eine Mischung oder ist eben das Packing von Impact ist mit drin, im Sinne von Delivery und Reception. Siehst du eben sehr gut, wie der selbst die Linien durchbricht, aber auch sich hoch anbietet und XG von Stats Bomb ist natürlich auch mit drin. So torquefährlich ist er jetzt nicht der Mats Wifa, aber brutales Monster gegen den Ball, kopfweist stark und eben auch im Ball verteilen. Sieht echt gut aus. Den kenne ich tatsächlich gar nicht. wir haben mit Holland, in Holland haben wir tatsächlich auch niemanden gehabt, aber nee. Du meinst, du hast den kennst als Scout auch nicht jeden Fußballer und trotzdem hast du immer das Anspruchsdenken und ich selbst würde es auch zugeben, ja, nee, nicht auf einen Zettel gehabt, aber wenn ich mir jetzt Feyenoord überhaupt letztes Jahr die erste Elf angucke, Köktü, ja, Köktü war mal Thema, Köktü. Jetzt zu Benfica gegangen, ne? Muss mal ganz kurz aufmachen. Tim Manski. Aufmachen, klingelt's. Wer klingelt denn um die Uhrzeit? Ist ja unverschämt. Gute Frage, ja. Mirek schreibt gerade, der ist nämlich Stuttgart-Fan, Matchmetrics hat doch Sven Mislintat mitentwickelt, oder irre ich mich, da stimmt, ja? Ist richtig, ja, der ist da involviert gewesen, beziehungsweise involviert mit einer der Mitgründer. Ist das etwas, was ich mir jetzt als Privatperson, wenn ich mich gerne mit sowas beschäftige, auch besorgen kann, oder sagst du, ne? Kannst du machen, müsste ich halt natürlich mal mit den Jungs dort reden, weil das halt eigentlich Lizenzen für Vereine sind, also die sind auch sehr kostspielig, aber wenn du jetzt sagst, interessiert jetzt meinetwegen nur die Bundesliga, ist halt ein limitierter Zugang für die zweite Liga, erste Liga, vielleicht noch ein paar kleinere, aber grundsätzlich ist es halt denen, ihre Stärke haben die alles, was es in Y-Scout gibt, haben die als Datenmaterial und der andere Datendienstleister haben halt beschränkte Daten von Opta oder eben selbsterhobene und also die Quantität ist sehr stark und vor allem auch auf die Schnelle, du siehst halt auf einen Blick direkt, ohne dass ich mir große Zahlen angucken muss, nur aufgrund von einem Spider-Chart wie bei FIFA, nur halt mit ein paar mehr Ausprägungen eben noch, was das für ein Spielertyp vor allem auch ist. Spielst du FIFA? Ich war ein sehr intensiver Pro Evolution Soccer 2010, dann bin ich zu FIFA gewechselt 2010, weil sich so die Vermutung hatte, dass die Entwickler von EA Sports, also von Konami von EA Sports gekauft worden sind und dann muss ich zugeben, habe ich 2017, als der Junior dann auf die Welt kam, die Playstation so ein bisschen verstauben lassen und jetzt ist sie aber wieder auferlebt in Corona und jetzt habe ich sogar, wie man vielleicht hinter mir sieht oder ich glaube, du wirst es weggeschnitten, eine Fünfer wieder am Start. Spiele also auch gern noch FIFA, allerdings nicht auf so einem Level wie ihr, aber im Alter gehen die Reflexe weg und ich bin noch aus der Generation, als ich angefangen habe, International Super Soccer Deluxe zu spielen, International Super Soccer Deluxe so hieß es, da gab es die Kollegen hier noch gar nicht, das heißt, ich spiele FIFA immer noch in den Kreuz und das ist dann auch krass. Kann ja nichts werden. Aber bei FIFA, ich bin so ein, mich hat Ultimate Team zum Beispiel nie gekickt, ich bin so ein ganz klassischer Karrieremodus-Spieler und da gab es ja immer, das wurde ja auch immer besser, da gab es ja immer diesen Modi, möchtest du in den Raum, jetzt waren wir bei Afrika, möchtest du in den Raum Afrika einen Scout schicken, der sich dort mal umschaut? Gibt es das wirklich in der Praxis, weil du ja vorhin gesagt hast, oft ist es einfach so, da sind dann auch Berater, da brauche ich ja dann nicht nach Afrika fliegen, mit denen kann ich ja auch telefonieren, gibt es wirklich Scouts, die irgendwo hinfliegen und sich das detailliert irgendwelche unterklassigen oder auch höherklassigen Spiele dort anschauen? Turniere, definitiv, da schickst du jemanden hin, um dann ein Turnier abzudecken, wenn es jetzt ein Südamerika-U19-Turnier meinetwegen, dann ist da wirklich mal ein zwei Wochenendriff. Kleinere französische Mannschaften haben natürlich auch Consultants, Scouts, die dann in diesen Regionen leben, aber es ist jetzt nicht so, dass du irgendjemanden auf Weltreise schickst, um irgendein Gebiet mal für vier Wochen lang zu erkunden, wie es halt eben in der FIFA-Karriere möglich ist. Eigentlich auch langfristig nichts, wenn du den dann mal für vier Wochen entschickst. Nochmal kurz über meine Qualität zu sprechen, also Jogi spielt ja auch viel und ist ja auch fast mein Alter, der hat mir tatsächlich, als man dann mal gegeneinander gezockt hat, den Hosenboden versohlt, aber als ich dann zu ihm gesagt habe, wir spielen jetzt mal mit den Low-Level-Clubs, ich glaube ich Schalke genommen, er war, er ist mir geschickt, ich muss nachgucken, er war irgendein anderer kleiner Verein, da habe ich ihn dann tatsächlich, 2-0, mit zweimal Terodde, glaube ich, war es. Ne, aber von dem her, ich zocke schon gern nochmal, wenn ich dazu komme und ich finde auch FIFA, glauben auch immer niemanden, aber FIFA hat in den Mitte der 90ern angefangen, einfach Daten zu erheben auch in Zeiten, ich habe mal irgendeinen Screenshot gesehen, ich glaube das war FIFA 2001 oder 2002, da gab es dann einen Ballbesitz, da war ja einfach zu errechnen am Computer, aber da hat noch niemand in der wirklichen Spielanalyse sich über Ballbesitzprozente Gedanken gemacht und deswegen sehe ich Gaming da schon auch nach wie vor als einen kleinen Vorreiter, mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr, aber die haben da einen Impact gehabt und ich würde mich schon als Gamer bezeichnen, 1990 den ersten Game Boy bekommen, als es rausgekommen ist. Pocket oder wie hieß der damals? Oder nur Game Boy? Der Game Boy, der kam 1990 raus, der Game Boy und mit dem Superschuss World Cup konntest du einen Fallrückzieher machen aus dem eigenen Sechzehner und keiner konnte ihn blocken. Müsst ihr mal googeln, Nintendo World Cup mit den Superschüssen. Du hattest nur drei, vier und wenn du in Mexiko gespielt hast, gab es immer Steine, die auf dem Feld lagen. Wenn du drüber gefallen bist, dann hast du einen Ball verloren. Das ist ja politisch nicht mehr ganz korrekt. Das ist ja unfassbar. Aber weißt du, wo ich eigentlich mit der Frage von Anfang an hin wollte, war auch so Karrieremodus. Du hast es dann selber gesagt mit den Daten. Ich habe tatsächlich damals, als ich viel Karrieremodus gespielt habe, unfassbar viele Talente entdeckt, wo man dann immer so geschaut hat, welche Spieler haben welche Potenziale, die tatsächlich später dann auch richtig große Karrieren gefeiert haben. die habe ich nur durch FIFA entdeckt. Also auch da hatten sie schon oftmals einen guten Riecher. Natürlich gab es dann auch immer Spieler, die hat man dann auf 95 Gesamtwertungen bekommen, wie Alexandre Pato, die sich nie so wirklich im europäischen Fußball dann zeigen konnten. Aber das war schon krass, was die da für Potenziale gesehen haben und eingebaut haben. Ich habe mir dann die Frage gestellt, woher haben die eigentlich, oder wer erhebt? Ich habe dann auch mal EA den Dienstleister verwenden und die haben ja dann gesagt, nee, wir haben im Endeffekt eine Community von Datenerhebern, die einfach die Märkte wie Scouts kontrollieren oder beziehungsweise überprüfen. Und von dem her ist es ja nichts anderes. Die besten Daten sind die, die von Experten, die sich mit der Materie beschäftigen, erheben. und das hast du bei FIFA halt von Grund auf mit erstem rausgekommen in den 90ern. Also ich kann mich noch an das FIFA 96 erinnern, dass du die NBA von der Eckfahnenperspektive gespielt hast. Da waren dann die ersten Ausprägungen eben schon von den Stärken her. Welcher Spieler ist halt einfach nicht vom Ball zu trennen? So ein Adriano zum Beispiel. Wahnsinn. Wenn Adriano im Team hatte, konnte es nicht vom Ball trennen und Shevchenko hatte einen Abschluss und Qualität. Da gab es immer Europa gegen Weltauswahl. Also das war dann im Endeffekt Europa gegen Südamerika mit den Ronaldos und Ronaldinhos eben. Das waren coole Zeiten. Kommt noch eine Frage vom Kaffee-Krämer. So kann ich mich nicht äußern. Kaffee-Krämer? Was möchte der denn wissen? Der ist Bremen-Fan, glaube ich. Mit Bremen und Bayern. Was da? Okay. Siehst du? Eine Frage an Flo fand ich super interessant. Guten Abend in die Runde. Bitte einen All-Nighter durchziehen. So gut, der taugt gerne öfters in dem Trio. Frage an Flo von Franke zu Franke. Wenn du die Wahl hast, in welche Arsenal würdest du am liebsten, in welcher Arsenal-Mannschaft würdest du am liebsten arbeiten? Peak Invincibles Anfang 2000er, Chaos-Phase unter Wenger mit den ganzen Talenten um 2010 oder im New Arsenal unter Ateta. Danke euch nochmal, Kuss geht raus, Kuss zurück. Fami. Fami-Schlumpf. Muss ich nochmal selbst durchlesen? Gerne. Franke zu Franke. Woher denn aus Franken? Das ist schon mal die erste Frage. Wir differenzieren zwischen dem Ober-, Mittel- und Unterfranken. Oha. Wenn du die Wahl hast, dann wäre es am liebsten Arbeit. Ich wusste gar nicht, dass man das differenziert, aber... Ja, ja, ja. Himmelweiter Unterschied zwischen dem Nürnberger, Würzburger und Bayreuth slash Bamberger. Ausfase unter Wenger mit den ganzen Talenten um 2010. Ich glaube unter der... Sogar danach, wobei Henri ja da auch schon dabei war. Also Invincibles und kurz danach mit der Henri-Zeit, als ich eben auch Fan war, wo Bergkamp auch da war, den 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 Vieira-Sechsern und der Brasilianer. Gilberto Silva. Ich glaube, in der Phase hätte ich da wahrscheinlich ganz gern gearbeitet. Keine Truppe gewesen. Ich lese gerade im Chat, schreibt jemand, darf Benni heute noch reden? Ich finde es total interessant, nur zuzuhören. Also ich... Ich höre doch hier nur zu die ganze Zeit und stelle Fragen. Benni redet doch eigentlich, oder? Ja, du, ich habe überhaupt keinen Stress damit. Ich liebe solche Talks. Ich finde es super interessant. Mir fällt gerade noch ein... Gameboy schon 89. Direkt aus den Staaten. Ich habe mir in Stuttgart, mein Freund im Sommer in Stuttgart, und das war auch mein erstes Bundesligaspiel, VfB, im Tor, im Tor mit Eike Immel und Matthias Sammer auf der Libero-Position und gegen Klub, ich als Franker natürlich, und im Tor mit Andi Köpke. und dort in Stuttgart habe ich dann auch meinen Gameboy bekommen. Das kannst du, das wirst du nie vergessen. Ich bin im Mecker-Stadion. Nein, nein, das war... Jetzt mal, ohne Scheiß, wenn ihr hier so über die... Ich fühle mich hier gerade neben euch, als wenn ich gerade zwölf Jahre alt geworden bin, weil es ist so weit weg alles von mir noch tatsächlich, das ist voll interessant. Was heißt hier neben euch? Wie alt schätzt du mich denn? Ich glaube, Tom ist auch nochmal deutlich jünger als ich. Ich bin auf jeden Fall 89 noch nicht geboren. Nee. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie alt du bist. Ach so, ja, das ist immer gut. 91, 92, vielleicht 93. Ja, manche sagen so, manche sagen so. Kommt auf die Tageszeit an, ne? Ja, kommt auf die Tageszeit an. Komm zu Galat. Ach du meine Güte, jetzt wird's wild. Der will immer alle in die Super League locken. Alle, alle immer zu Galatasaray. Ich liebe ja die Fans. Anstoß 3, Anstoß 3 lese ich gerade. Ich weiß nicht, ob ich das noch was bei Manager... Ja, das kenne ich noch. Den ich auch ausführlich. Vorher gab es noch Bundesliga-Manager Professional, Bundesliga-Manager Hedrick. Ich glaube schon, dass dieses frühe Gaming auch im Fußball mir da definitiv geholfen hat, einfach diese Affinität zu dem Ganzen zu entwickeln und sich halt auch dann jetzt in dem Alter eben mit mehr zu beschäftigen, als einfach nur Fußballspiele zu gucken, live, um dann zu sagen, der, der und der ist es, und dann auch der Ewa dem Ganzen eine Chance zu geben. Alter, die Frage ist sauer interessant, Flo. Die muss ich dir nochmal kurz stellen. Die habe ich, ich glaube ich, sogar auch noch nie gefragt. Gab es schon mal einen Spieler, den du gescoutet hast, eventuell auch empfohlen hast, aber nicht verpflichtet wurde und der später Karriere gemacht hat? Was heißt später Karriere gemacht hat? Ich tippe mal, wo du das Potenzial richtig eingeschätzt hast, wo du gesagt hast, dem brauchen war, der nicht verpflichtet wurde, aber dann später eben richtig durchgestartet ist bei einem anderen Verein. Ja, da würde ich, einer meiner ersten Picks war, als ich aus Spanien verantwortlicher war, Villarreal. Dann habe ich da den 19-jährigen Rodri früh gesehen und früh versucht zu pushen, aber Ja, wurde dann Xavi Alonso geholt. nee, Xavi Alonso war schon da. Wie war das? Aber was? Er ging dann erstmal, er ging dann erstmal zu seinem ausbildungsfreien Atletico. Bayern wollte ihn ja dann auch immer, aber Rodri würde ich jetzt sagen, so in den grühen Jahren, als er noch kein Stammspieler bei Villarreal war. Aber auch interessant wäre ja vielleicht, wenn du das sagen möchtest, was war vielleicht auch mal ein Spieler, was ja auch total menschlich ist, wo du dich vielleicht mal total geirrt hast, dass du gesagt hast, sehe ich nicht das Potenzial, aber es kam dann doch völlig unerwartet. Lange nachdenken ist immer ein gutes Zeit, dass es nicht oft passiert. Ich zum Beispiel hatte bei Martinelli mehr Bedenken, weil den hat mir auch zum Beispiel ein Kumpel, der FIFA zockt, früh empfohlen und meinte dann, er hat jetzt ein paar YouTube-Videos von dem gesehen und ich fand ihn, wie du von gesagt hast, auch so ein bisschen eindimensional halt. Also dem hätte ich nicht zugetraut, dass er sich so am Flügel entwickelt. Auch Gnabry fand ich eine super Verpflichtung, aber sei ihn jetzt nicht als den Robben-Ribery-Nachfolger. Ist er vielleicht auch nach wie von vielleicht doch nicht so falsch gelegen. Und ich wollte gerade sagen, also ich finde, tatsächlich bei Serge Gnabry ist bei all dem, was über ihn gesagt wird, Weltklasse-Spieler und der Robben-Ribery-Nachfolger, den sehe ich überhaupt nicht in ihm. Ich finde auch, also klar, der sieht dann am Ende der Saison immer von den Stats her ziemlich gut aus, das muss man ehrlicherweise auch sagen, aber die Frage ist ja, wo kommt das her? Und das sind ja dann eher mal ein Headtrick oder vier Tore gegen Bochum oder gegen Augsburg oder whatever. Und ich finde, dass er in den wichtigen Spielen, wo sich dann die Spreu vom Weizen so ein bisschen trennt, da ist er eher nicht der auffälligste Mann. Aus der anderen Richtung vielleicht noch ein Declan Rice in der U21 bei Engel. Da bin ich ein bisschen auf Unverständnis gestoßen, weil der einigen dann zu bieder war. Aber ich mochte halt immer diese Sechser, vielleicht weil das auch genau das war, was ich im Fußball nie konnte, wie auch De Jong in der U19 bei Holland schon und dann auch als 20-Jähriger in der U21, die halt so ein komplettes Spiel strategisch Pirlo Nachfolger, aber halt in einer anderen Spielweise einfach. Pirlo war ja dann wirklich nur mit Ball. Die haben sich dann schon auch dann darüber definiert, dass sie halt auch gegen den Ball Qualitäten hatten. Dieser All-Round-Fußballer. Jetzt würde mich mal deine Meinung interessieren zu Calvin Phillips, weil den hatte ich auch noch so im Hinterkopf bei Bayern tatsächlich. War ich nie ein großer Fan von dem Spieler. Ich war auch überrascht, dass City den holt. Der hatte eine gute Saison. Da war ich noch für Spanien zuständig oder für Italien. Ich habe den jetzt auch nicht so in den Detail geguckt, aber ja, mittlerweile muss Bayern ja gucken, was noch übrig ist im Schaufenster dieses Sommer. Ich habe den echt bei Dortmund oder auch bei Bayern sogar reingeworfen, weil ich glaube, da würde er natürlich auch bei Leeds extrem von Bielster profitiert, das darf man auch nicht vergessen, von dem Bielster Fußball, aber so den Spielertypen mochte ich eigentlich immer ganz gerne. Der hat auch ich habe es letztens erst wieder gelesen, dass er irgendeinen Pödo-like Spitznamen hatte. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie sie ihn genannt haben. Ich finde es gerade cool, runter zu scrollen in dem Chat und direkt unter Mittelamerika und Südamerika wieder für Unter- und Mittelfranken zu lesen. Also Fami, herzlich willkommen, auch Unterfranken zählen. Ich bin wie gesagt Oberfranken, hört man glaube ich auch, wenn man aus der Ecke kommt. Ansonsten können die Nordkeulen hier, wo ich jetzt auch einfach mal Berlin noch dazu zähle. Ach, zum Norden? Ja, nee, schon Nordosten, aber ich habe mal zu irgendjemandem gesagt, alles nördlich von Frankfurt ist bei uns eigentlich schon bei Frankfurt eigentlich im Westen von mir. Ich bin ja in bayerischen Verhältnissen auch sehr nördlich. Ja, die Einordnung von Himmelsrichtung ist ja immer eine Sache von dem eigenen Standort am Ende. Da habe ich zum Beispiel in den Osten, also ich bin in weniger als einer halben Stunde zum Beispiel in Tschechien, wo um Live-Scouting geht. Nach Prag zum Beispiel fahre ich keine drei Stunden. Übrigens wird, werfe ich kurz rein, der Spitzname von Kevin Phillips bei Leeds United war der York Chapoerlo. Rock. Ja, und das finde ich ein bisschen blasfemisch. Ein bisschen übertrieben, aber ich fand halt diese tiefer Sechser-Holding-Six-Rolle, die er bei Biese hatte, fand ich echt interessant. Deswegen hätte ich ihn jetzt sogar als Lösung da reingeworfen, weil ich glaube, über Bayern würde, würde der auch nicht negativ auffallen, tatsächlich. Wenn du den da reinwirfst in das System, der ist auch wieder so ein Spieler, der dir zumindest mal zeitlich so einen kleinen Puffer gibt und der hat ja, glaube ich, bei Biese der Phasenweise sogar mal Innenverteidiger gespielt. Also schon, finde ich ihn schon interessant. Ja, also für Dortmund auf alle Fälle, ob er jetzt die Holding-Mitfielder-Six für Bayern ist. Ja, es geht ja nicht darum, dass es die Ideallösung ist, sondern dass es der Spieler ist, der dir Zeit verschafft. Also da hättest du natürlich, deswegen habe ich auch vorhin gesagt, der Endo, ich war ja bei Endo dann weg, der Endo von Liverpool wäre jetzt Philipps für Bayern. Darüber kann man reden. Eigentlich wäre es Elias Giri gewesen für die Bayern. Da wäre ich Vollgas dafür. Ja, ich nehme mich auch, aber deswegen, ich kann das nicht ganz nachvollziehen, was aktuell gerade so passiert in diesem ganzen Sechser-Thema. Ich finde es echt schwierig und wenn sie jetzt echt Florentino Luiz holen für 40, 50 Millionen, dann würde ich mich schon am Kopf fassen. Ja, dann können wir über Leverkusen nochmal diskutieren. Ich bleibe, ich bleibe, ich bleibe ja dabei tatsächlich. Ne, den Totec kann ich nicht sagen. Ich werde die Letzter wissen bei Twitter. Du kannst sagen, was du willst und ob du, ist doch egal, was die Leute sagen. Was meinst du, was immer unter unseren Prognose-Videos sowas war? Bayer Leverkusen wird dieses Jahr Deutscher Meister. Oha, Vizekusen, ewiges Vizekusen. Irgendwann muss ja mal. Ja, dieses Jahr sind sie dran, die werden dieses Jahr Deutscher Meister. Ich widerspreche nicht. So. Ich habe Leverkusen auf drei, aber vor Dortmund. Vor Bayern noch, vor Bayern noch. Ja, vor Bayern, genau. Auf drei vor Bayern. Das nun nicht, nein, aber ich wollte noch mal ganz kurz von euch beiden wissen, Benni habe ich schon wieder ein bisschen, ja? Halt dir das fest, ich bin auf altes Eisen noch, dann kann ich weiter scrollen. Can Osun, geiler Kicker. Mhm. Also, als ich ihn das erste Mal in der Saison gesehen habe, musste ich direkt an Özil denken. Rein vom Fußballer, Fußballer-Typ her. Und wo das hinführen kann, wissen wir ja. Keine Ahnung, was er für einen Charakter hat. Muss ich mal noch näher reinhören in Nürnberg. Er ist nicht zu Bayern gegangen, obwohl er ein Angebot wohl vorliegen hatte. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, ja, definitiv. Also, ist ein gutes Zeichen für so einen jungen Mann, finde ich. Ja, vor allem von Nürnberg aus. Eben, deswegen. Und ich finde, Özil auf jeden Fall, aber der ist noch abschlussstärker, meiner Meinung nach, oder kann es noch abschlussstärker werden. Ist natürlich jetzt in der zweiten Liga ein bisschen schwer zu vergleichen, aber auch sehr, sehr flexibel einsetzbar. Ich habe den letztes Jahr das erste Mal nur in einem Spiel gesehen, ich glaube gegen Magdeburg, da haben sie ihn mal von Anfang an reingeschmissen. Und da ist der mir direkt aufgefallen. Er hat vorher zweimal das Sechzigste rein und dann in dem Magdeburg-Spiel war er auch brutal wichtig, da hat der Klub noch gegen Abflieg gespielt. War er eigentlich der Go-To-Guy mit 17. Ja. Das war dann, wo dann auch mein Regler auf komplett, muss man auf dem Schirm haben, auch in Nord-London. Ich wollte nur kurz die Frage stellen, weil ich hatte mit Benni schon oft drüber gesprochen, wegen Premier League. Benni hat es mir dann privat auch noch mal geschrieben, könnt ihr beide noch mal eure Meinung sagen. Ich fand ja auch James Madison immer, also der war natürlich ein Topspieler der Premier League, aber ich fand den immer bei Leicester ein bisschen trotzdem unter dem Radar nichts und auf die Topspieler, man hat nie gesagt, das ist jetzt der Topspieler. Ich finde den super interessant. Was sagt ihr beide zu James Madison? Ist er jetzt bei Tottenham? Willst du anfangen, Mochte ich total bei Norwich und ich weiß nicht, ob er danach die richtigen Karriere-Schritte wählt hat. Ja, aber das ist mein, 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 das ist das Erste, was mir einfällt, wenn ich ihn in drei Sätzen beantworte. Ich mag den total, aber ich weiß nicht, ob der jetzt, vielleicht ist jetzt Tottenham Schritt jetzt. Ich wollte gerade sagen, Tottenham ist jetzt für mich genau der richtige Pick. Ich habe das erste Spiel gesehen von Tottenham über 90 Minuten und der war echt richtig gut. Ist natürlich auf engen Raum mega gut und vor allen Dingen auch in der Vororientierung. Alles, was so ohne Ball passiert, ist das für mich, könnte das ein Elite-Spieler sein, vor allem in den Halbräumen. Bin aber auch bei dir, dass ich sage, okay, der Karriereweg schwierig, ist auch ein bisschen zu lange dann am Ende bei Leicester geblieben. Aber ich finde es halt ganz interessant, dass er auch so der Perfect Fit für das Spielsystem von Postooglu ist, weil er passt da ideal rein in diese Rolle zwischen Halbraum und Breite und wie er dann ohne Ball Gegenspieler rauszieht und sie spielen es ja immer so, dass die Außenverteidiger extrem im Zentrum spielen und dann immer mit diesen tiefen Läufen in die Box von den AV und da hat Madison so eine super wichtige Rolle im Ballbesitz mit dem Ball am Fuß, aber auch ohne den Ball, also wie er sich bewegt und deswegen glaube ich, kann das ein ganz spannender Pick werden, weil er da unter Postooglu nochmal den nächsten Schritt gehen könnte. Danke. Und das schreibe ich dir. Ich muss übrigens ganz kurz sagen, ich kann nicht mehr ganz so lange Kein Problem. Wir machen gleich Feierabend. Wir können ja noch ein paar Fragen machen. Herr Goebbelt aus Dortmund auch ein extrem talentierter Fußballer, der aber die Schritte dann nach 16 bis jetzt nicht gegangen ist. Ich weiß nicht, ob das eine Charakterfrage bei ihm auch war, weil er halt sehr früh auch schon so next Sahin und so recht gehört hat, aber sehr talentiert. Könnte vielleicht auch zu einem Late-Volumer sich noch entwickeln. Ich glaube, der hätte sogar in die Türkei gewechselt, oder? Vielleicht tut das ihm ganz gut. Wer war das? Emre Moor? Ich habe jetzt gerade nicht den Namen verstanden. Emre Moor ist völlig raus. Also nicht du, sondern Emre Moor. Das war der Fail. Ne, Gürpüz sind auch Brüder. Ein kleinerer ist, glaube ich, noch in Dortmund. Der große ist jetzt, glaube ich, der hat mir in der Juselig ein paar Mal richtig gut gefallen, als er noch jüngerer Jahrgang war vor ein paar Jahren. Er müsste jetzt wahrscheinlich 20 sein, der Gürpüz. Und hat aber die Schritte von 16, 17 bis 20, die hat er nicht genommen, sondern mit 20 von dem ewigen Talent jetzt schon brechen, aber mal gucken, was jetzt Türkei mit ihm macht, weil vielleicht ist es ganz gut, einfach jetzt mal Tapetenwechsel zu haben, nicht diesen Erwartungsdruck von Dortmund eröffnen zu müssen. Gala hat ihn geholt, schreibt Alp gerade. Ja, super, ehrlich. Emre Morn thront immer noch auf seinem, oder sitzt immer noch auf seinem Thron da in Water gespielt, in Celta Vigo, glaube ich, Der türkische Messi. Der türkische Messi hat irgendwo in Spanien noch gespielt, wo er dann so ein Foto hochgeladen hat, wo er auf so einem Königs Sessel sitzt, also voll daneben. Solange er nicht mit dem Hubschrauber nach Monte Carlo fliegt, ist alles gut. Ich weiß nicht, wer sowas machen würde als 18-Jähriger, aber gab es ja auch einige Spieler, die sind jetzt in der vierten türkischen Liga unterwegs. Wir machen noch drei Fragen, die ihr cool findet. Extra-Scouts für Torhüter? Nein. Das machen dann eher so die Torwarttrainer, die sowas checken. Es gibt aber auch Scouts, die nach der Torhüter-Frage, also Ortega zum Beispiel habe ich immer empfohlen als Backup. Ich bin dann eigentlich fast sogar gefreut, als dann City zugeschlagen hat. Dafür die eine Frage fand ich ganz interessant. mit Gwendo C. Achso, ja, mach erst mal Gwendo C. Gwendo C, auch überragender Instinkt-Fußballer, aber würde jetzt zum Beispiel aktuelle Arteta-System überhaupt nicht mehr reinpassen und Torreira hat mir damals bei der WM, da hatte ich die Gruppe, musste ich die Gruppe scouten mit den Urus, extrem gefallen, aber ist auch so ein typischer Arbeiter-Fußballer, da wurde das System halt eben auf zwei Sechser ausgelegt ist, die halt Box-to-Box viel machen und viel gegen den Ball arbeiten. Das ist ja aber auch bei Gwendo C so, das ist ja ein Spieler, der für seine Aktionen dann tendenziell auch auf jeden Fall mal ein bisschen mehr Raum braucht, wenn sie ein Box-to-Box verhalten. Ich muss aber, weil wir hier natürlich auch einem Hertha-Streamer sind, hast du mal einen derzeitigen Spieler von Hertha aktiv gescoutet. Interessant. Ein aktiver, also ich habe Askasiba damals bei der 19, nee, U21 Olympia war das. Das war das gleiche Jahr als Süle und Gnabry auch so stark war. Da hat mir Askasiba gut gefallen. Du als Hertha hast wahrscheinlich auch mal geguckt, bin ich mir relativ sicher. Ja. Erstens hat er klar als Schalke gut gefallen. Zumindest im ersten Jahr oder im ersten halben Jahr war gut klar. Was sagst du denn, das würde nicht Ja, doch Zifuik hatten wir ja schon mal. Das war eher eine Nebensichtung. Also da habe ich durch Grafenberg gescoutet mit Ajax und Zifuik ist beim Gegner in Groningen auf und nieder die Linie entlang. Der wird auf jeden Fall in irgendeinem Bund aufgrund von dem Workload, den er abliefert, aber fußballerisch ja limitiert. Limitiert. Das hört sich nicht so gemein an. Zifuik ist, das kann ich euch aber sagen, das ist wirklich ein Mentalitätsspieler. Der war schon, ich glaube, drei Jahre hintereinander haben die Trainer gesagt, den wollen wir eigentlich verkaufen, aber im Trainingslager, man kann nichts sagen, ist wirklich der beste Typ und wenn alle so eine Einstellung hätten, vielleicht auch ein paar Spieler, die eigentlich mehr Fähigkeiten haben oder mit besseren Fähigkeiten angeboren wären, dann würde es, glaube ich, deutlich besser aussehen, weil reinhauen tut er sich immer. ich mag den ja, bleib auch da, du hast mich damit richtig angesteckt mit dem Zifuik-Ding, also ich mag den ja, geiler Typ. Ich stelle auch noch mal eine Frage an Flo, du hast ja jetzt nicht den typischen Weg über Scouting, oder was heißt den typischen, du hast nicht den Weg über Scouting dann wirklich zu einem ja, Scout im höheren Bereich und dann bei einem Top-Club gemacht, sondern eigentlich ein ähnlicher Weg auch dann wie Benni über Spielanalysen und so weiter. Es gibt ja etliche Scouts, wenn man sich mal so umhört, auch teilweise so 400-Euro-Basis und so, guck dir mal da das Regionalligaspiel an oder Oberligaspiel und so weiter. Glaubst du, es gibt wirklich für solche Leute oder ist es dann wirklich wieder nur Netzwerk, aber gibt es für so eine Leute wirklich Chancen, da auch mal aufzusteigen oder werden das immer, ist das vielleicht wirklich einer von tausend, der dann mal das Glück hat? Ich glaube, dass es wenig mit Glück zu tun hat. Also es kann, wenn du jemanden kennst, kann das immer helfen, gerade im Fußball, ist mir brutal wichtig. Wenn du aber als, ich habe damals 125 Euro im Monat verdient, Semestergebühren waren 600 Euro rund gerechnet, ich glaube trotzdem, wenn du den Mut hast, deine eigene Meinung immer zu sagen, was du siehst, auch mal gegen den Strom, was vielleicht vier andere Scouts sagen, und es ist aber einer in der Runde dabei, der dann sagt, hey, gefällt mir, was der sagt, ist auch egal, ob du 400 Euro, 4000 oder 400.000 im Jahr verdienst, dann bekommst du irgendwann von demjenigen einen Anruf, wenn der irgendwo hingeht, weil das passiert trotzdem, auch jetzt wieder gemerkt, wenn irgendein Sportdirektor oder Vorschuss hingeht, dann ruft dir die Leute an und genauso rufst du vielleicht auch dann die Leute an, die nicht unbedingt Chef-Scout-Posten haben, sondern die du mal kennengelernt hast und zwölf Jahren, wo ich jetzt unterwegs bin, habe ich auch eine Liste an Menschen, die ich kennengelernt habe, wenn ich vielleicht irgendwann mal dann auch jemanden einstellen darf, dann rufe ich den an und ob der in den letzten drei Jahren wieder Hauptberuf Briefträger war oder nicht, mir dann eigentlich egal, weil ich weiß, Fußball ist ja keine Raketenwissenschaft. Wenn du viel Fußball guckst und normal intelligent bist und zwischenmenschlich auch die Leute einschätzen kannst, dann kannst du im Fußball definitiv deinen Weg gehen, was aber nicht heißt, dass du ihn gehen wirst, weil jetzt kommt vielleicht dann doch das Glück, es auch immer wieder Momente gibt, wo du dann vielleicht mal so niedergeschmettert wirst, dass dir der Drive verloren geht, aber Drive ist, glaube ich, dass es ja unsere Leidenschaft ist, Fußball zu gucken und über Fußball zu reden, was wir jetzt gerade auch wieder machen, es hält einen eigentlich immer wieder so, dass man in der Flur aufsteht und es gibt eigentlich jedes Gefühl, dass ich aufstehe und sage, ich habe heute keinen Bock mehr, Fußball zu schauen, obwohl ich vielleicht von vielen Meinungen mal angepisst bin. Und ich finde, das, was du gesagt hast, ist auch ganz wichtig, dass man nicht mal das auf Glück runterbrechen sollte, sondern, dass man das in einer gewissen Art und Weise erzwingen kann, wenn du richtig gut in irgendwas bist, dann hast du heute auch so viele Kanäle und Plattformen, wo du gesehen und gehört werden kannst und dieses Thema beharrlich sein und geduldig sein ist auch ein ganz wichtiges im Fußball, weil irgendwer wird es dann immer lesen und irgendwer wird dich immer mal weiterempfehlen und so kommst du halt dem ganzen Step bei Step näher ist es immer nur die Frage, was ist dein Verhältnis zum Risiko, ist auch immer das, was ich sage, wie stehst du selber dazu und vor allen Dingen, wie geduldig bist du dann wirklich auch, dein Content, so war es jetzt in meinem Fall, egal ob ich das für 20 Leute mache, für 5 oder jetzt für ein paar tausend Leute oder für einen Verein, das ist dann im Endeffekt egal, weil es ist deine Leidenschaft und du willst damit nach draußen gehen, aber man muss halt diese Geduld mitbringen und das einfach kontinuierlich durchziehen, das ist das Allerwichtigste. Und dich selbst definitiv nie zu wichtig. Ja, voll. Es ist ein Geschäft, in dem eigentlich nur Männer unterwegs sind, wenn nur Männer aufeinandertreffen, dann geht es immer darum, wer hat Recht, aber im Endeffekt geht es mir eigentlich nie darum, Recht zu haben, sondern um die Sache zu diskutieren, dass sich nie persönlich angegriffen fühlt, auch ganz oft der Fall, dass man auch einfach mal andere Meinungen sich, man kann ja auf seiner Meinung weiterhin stehen und trotzdem die Meinung des anderen einfach annehmen und die nicht abschmettern und das passiert im Fußball leider viel zu oft, das eingeregelt wird. Weil die Leute glaube ich auch unterschätzen, dass du am Anfang immer eher der Zuarbeiter sein wirst. Du wirst lange brauchen, bis du im Fußball in der Rolle des Entscheiders bist und da ist es halt einfach super wichtig, sich andere Meinungen anzuhören und zu akzeptieren und du kannst ja deine Meinung haben und mit den Leuten auch mal anecken, das gehört dazu, aber gewisse Dinge auch einfach mal runterschlucken und dann ein guter Zuarbeiter sein ist im Endeffekt genauso wichtig, weil du wirst lange, lange in dieser Position sein und das unterschätzt man glaube ich immer so ein bisschen im Fußball. Okay, ich stelle noch die letzte Frage und dann machen wir für heute erstmal Schluss und zwar ist das nochmal eine härter Bezugfrage. Es ist nicht so, dass ich die jetzt auf deinen Schirm bringen will, aber Flo, kannst du was sagen zu Benze Dardai, das ist der jüngste der drei Zehner, ist nicht schlimm. Ich kann dir leider nur was zum Martin Dardai sagen, da frage ich mich immer, hat der sich denn richtig entschieden, all die Jahre jetzt bei der Hertha zu bleiben? Ich habe in dem tatsächlich vor einigen Jahren mehr Talent gesehen, da wo er momentan steht und ich habe ja auch mitbekommen, wie er immer mal über die tiefe Sex bei ihm diskutiert hat, weil er einfach eine wirklich gute Spieleröffnung hat. Ich habe den in vielen Spielen und das war glaube ich in der Saison auch als Papa nochmal übernommen hatte für die letzten Wochen, Monate. Ich habe den immer mal wieder auf meiner Liste drauf und muss dann manchmal selbst wieder der Realität ins Auge sehen und mir denken, hey, ich habe leider überhaupt nicht dahingehend entwickelt, was ich ihm zugetraut habe. Trotzdem gebe ich nicht auf, in dem immer mal wieder auch was zu sehen, dass es noch kommen kann. Wie alt ist er denn mittlerweile? 21, glaube ich. 21, 22, ist ja auch noch gar nicht so alt, aber dadurch, dass er halt schon früh auch mal in Erscheinung getreten ist, über ein paar Wochen hinweg, das ist dann auch so ein Scouting-Ding. Wenn einer mal was gezeigt hat, weißt du ja, okay, der kann es. Wenn es dann ein paar Wochen, Monate oder vielleicht auch mal wieder Jahre nicht funktioniert, gibt es immer Gründe. Ich weiß auch nicht, ob die ganze Dardai-Family so die richtige Konstellation ist, ehrlich gesagt. Ich habe schon viel über den Benzer jetzt gehört, habe ihn aber tatsächlich. Aber bei, können wir gerne mal machen, wenn ich mir, also die Woche wollte ich mir eigentlich mal die Harte auch anschauen, gegen HSV. können wir vielleicht gerne mal drüber reden, wenn ich ihn mal gesehen habe. Aber ich finde es bei Martin Dardai ganz interessant, weil du sagst, du hast auch mehr in ihm gesehen und ich gehe damit, ich bleibe auch nach wie vor dabei, dass er eine Menge potenzial schlummert, aber die Harte hat auch immer in einer negativen Art und Weise davon Gebrauch gemacht, dass das ein extrem polyvalenter Spieler ist. Sie haben ihn halt auch in jungen Jahren immer da geparkt, wo gerade Bedarf war, anstatt ihm eine feste Position mit an die Hand zu geben und zu sagen, okay, wir stellen dir einen Nebenmann an die Seite, der dich dabei unterstützt. Dann hat er mal in der Dreierkette Innenverteidiger gespielt, in der Viererkette, dann war er Sechser, ich glaube, der hat sogar mal Außenverteidiger gespielt, anstatt zu sagen, okay, ey, du bist jetzt bei uns der tiefe Sechser und über die nächsten Jahre entwickelst du dich in diesem System. Und das ist ja auch genau das, was ich vorhin bei der Hertha meinte, dass es genau sowas jetzt eigentlich geben müsste, dass du bei solchen Spielern es nicht mehr verpasst, ihm frühzeitig eine Perspektive eben auf einer Position zu geben, weil wenn Martin Dardai in der IFA, was jetzt auch wieder bei der U21 war es die EM? EM, gesehen, dass er schlecht ist in der Tiefenabsicherung, Tiefe verteidigen, vor allen Dingen mit einer, wenn du eine längere Distanz zum eigenen Tor hast, wenn da ein großer Raum ist, den er in der Tiefe verteidigen soll und ich weiß nicht, sowohl bei der U21 als auch bei der Hertha hat man es einfach ein bisschen verpasst. Ja, vielleicht wäre auch eine Dreierkette, wo er hoch in der Eröffnung spielen kann, wie in Schlotterbeck zum Beispiel ist für mich der so extrem hoch steht immer in der Eröffnung. Ich wollte jetzt in Ketja sagen, Nierkate, in Mainz zum Beispiel, oder halt in Mainz noch mit der Dreierkette, viel auch progressiv dann spielen dürfen und zum Beispiel Dardar ja der viel bessere Fußballer wie Nierkate noch. Wenn er in der Position spielen könnte, als wirklich sich in der Viererkette als LEV auch vermehrt aufs Verteidigen konzentrieren zu können, weil ich dachte mir immer, für einen wirklichen Centerback braucht es halt mehr an Körperlichkeit. Die hat er nicht zugelegt in den letzten zwei, drei Jahren, so gefühlt. Ihr seht ein aktuelles Bild, ich habe ihn auch schon länger nicht gesehen, aber es gibt halt manchmal so Spiele, wer weiß, wie er sich woanders entwickelt hätte. Ich sehe aber trotzdem noch, dass da was gehen kann, nur schlimm für die Hertha wäre es natürlich, wenn der dann und dann irgendwann ein Bundesligaspieler Position 5, 6, 7 wird oder wenn der nach Freiburg, das wäre eigentlich ein typischer Freiburg, holt sich den, dauert ein Jahr und auf einmal ist der der Linksfuß Freiburger wie Schlotterbeck vor dem Jahr. Dann denkt sich die Hertha, wie kann das sein, was machen wir falsch, aber das Problem haben auch andere Vereine schon gehabt mit einem Kostic beispielsweise nach Hamburg und von dem her es gibt halt manchmal so Konstellationen, da passt es dann auch nicht ganz. Vielleicht passt es bei einem anderen Dardai besser. Ja, wir haben ja noch genug. Wir haben noch Benze, Palko, wer weiß, wie wird das erst, wenn die Kinder bekommen? Wenn die alle drei Kinder kriegen, dann potenziert sich das natürlich. Nee, Benze halte ich für, also muss man gucken, aber einen sehr, sehr talentierten Zehner. Benni und ich haben ihn auch vielen Testspielen jetzt schon angeschaut. Im Moment spielt er leider, für meine Begriffe leider nicht. Ich würde es gerne mal mit ihm ausprobieren. Ansonsten haben wir noch für diese Position, der in der Jugend eigentlich vielmehr neuner oder hängende Spitze neunhalber war, Ibo Maser, der hat jetzt leider einen Kreuzbandriss, gilt eigentlich auch so als eins unserer größten Talente. Und jetzt gerade einer, der wirklich immer spielt, ist natürlich Clemens auf der Sechste. Da bin ich auch mal auf die Entwicklung gespannt. Aber um mal einen ganz kurzen Vergleich, also meine Meinung zu Benzedada ist, dass der sich vom Talent her in einer Richtung mit Hassan Udraogu befindet. Also, dass sie vom reinen Talent her sich so auf einem Level, vielleicht Benzedada noch einen Ticken weiter drunter. Und ich würde mir wünschen, dass der öfter spielt tatsächlich. Das ist auch eine Konstellation, also du kannst ja, ich weiß das war, mein Papa war mein Ringertrainer. Du bekommst als Sohn einfach immer eine andere Behandlung eigentlich. Jetzt hatte ich aber keine 60.000 Zuschauer. Ich finde diese ganze Konstellation, hier in Bayreuth jetzt, Regionalliga, Marek Mindhack hat auch seinen Sohn mitgebracht, er ist 18, er wird morgen wahrscheinlich gegen die Bayern Amateure hier auch spielen. Ich finde diese Konstellation, dass der Papa dein Trainer ist in einer Mannschaftssport. Auch nochmal eine andere Hausnummer, als wenn dein Papa dein Tennistrainer ist, Individualsportler. Konstrukt, Team, und dann auch noch jetzt so viele Dardai ist. Schwierig. Ich glaube, so wie ich Pal Dardai einschätze, ist auch nicht gut. Ich sage nicht, dass es gut ist, aber ich schätze eher so ein, dass sie es eher schwieriger bei ihm haben. Das denke ich auch. Und deswegen rede ich auch von dieser Entwicklung, auch dass der Papa auch in dieser On-Off-Beziehung halt mit dem ganzen Verein ist. Wäre schlimm, wenn sich Dardai Barton jetzt woanders besser entwickeln würde, aber die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass er mit einem Tapetenwechsel sich und seiner Karriere jetzt eigentlich das sage ich eigentlich schon seit zwei Jahren zum ersten Mal öffentlich vor ein paar härter Anhängern. Ich möchte es natürlich auf gar keinen Fall, aber ich kann es inhaltlich total nachvollziehen, muss ich sagen, aber ich würde es natürlich ihm nicht so persönlich sagen, aber ich kann es total nachvollziehen. ich kann nur vom letzten Jahr beispielsweise sprechen, da gab es eben Teams wie, zumindest was in der Presse war, aber kann ich auch so bestätigen, die waren wirklich teilweise interessiert, Hoffenheim, Leipzig, ob er jetzt bei Leipzig direkt gespielt hätte, wäre ein anderes Thema, aber Klubs, die wahrscheinlich mit dieser Spieleröffnung auch einfach ganz anders umgehen würden und das ist ja auch immer nicht nur eine Frage davon, welchen Spieler hast du, was kann der für eine Spieleröffnung, sondern wen kann er denn da anspielen, also wer bewegt sich richtig und wie verwertet er diese Bälle und da bist du halt auch auf Mitspieler angewiesen, aber es ist interessant auch nochmal von dir zu hören. Ich habe gerade gelesen, dass wir viel zu leise sind, vielleicht Benni, wir das nächste Mal auch das Mikrofon eher so runterholen. Oh, das wäre super. Das wäre super. Also genau vor das Gesicht, dass du mir was diest. Das musst du vielleicht umdrehen. Der Sound ist besser. Ich mache es halt, ich habe ja sehr viele Videocalls und da hängt das Ding halt immer da oben und vielleicht sollte ich für eine wirkliche Switch-Aufnahme das einfach runterbauen und über dir. Weißt du, was das Problem ist? Ich wollte dich jetzt auch nicht so unterbrechen, ich wusste gar nicht, dass du da ein Mikrofon hängen hast. Durch diesen, ich weiß nicht, ob es durch Noisegate oder was es ist, verschließt er sich relativ schnell, wenn du nichts mehr sagst und dann braucht er erst mal wieder, um aktiviert zu werden. Das ist so, dass es manchmal, wenn du eine Pause beim Sprechen machst, so das erste Wort auch ein bisschen verschlucken kann oder Anfang des ersten Wortes. Deswegen, also du bist, ich sage erst mal vielen Dank, es haben hier viele, sehr, sehr viele geschrieben, dass du ein super Gast warst und dass es mega interessant war und wir sind auch noch um 0.16, 280 Leute hier auf Twitch. Das heißt auf jeden Fall was. Also ich erst mal Riesendank an Benni für das Netzwerken in dem Sinne, dass du Flo angesprochen hast und auch sehr, sehr großen Dank an dich Flo, dass du hier warst. Mir selber und ich denke, da spreche ich auch für die Zuschauer, mega interessante Einblicke wieder nochmal aus einer anderen Seite gegeben vom Scouting-Bereich und du bist jederzeit herzlich eingeladen. Benni und ich führen das ja jetzt hier noch ein bisschen fort, also generell donnerstags. Bist du jederzeit herzlich eingeladen. Erst recht freuen wir uns natürlich, wenn du ein paar Hertha-Spiele dir angeguckt hast, aber auch nicht zu viele, nicht, dass du dann irgendwen zu Arsenal losen willst, außer ihr zahlt Premier League-Preise, dann geht's vielleicht. Kellenkamp zum Beispiel, den Spieler mochte ich halt in dieser U21 von Holland schon sehr und dachte mir, eigentlich cooler Transfer und dann hat der einfach komplette Breitseite, der ist ja nie angekommen. Der hat dann auch von der Position, aber auch, dann musste der am Flügel spielen, ähnlich wie auch ein Serdar am Flügel spielen musste, wo ich mir dann denke, Leute, ihr könnt doch keine Achter holen und die dann immer links und außen an der Seitenlinie parken und dann wundert er euch, dass es nicht funktioniert. Also nochmal ganz kurz aus meiner Hertha-Sicht bei Kellenkamp, das war auch wieder so ein Fredi-Bobitsch-Ding, erstmal hat er keine Flügelstürmer verpflichtet, dann noch Dilruzson und Lucke Bakio ausgeliehen, sodass man dann zwangsläufig mit einem Suat-Serdar, ich habe mal nachgeguckt, ich glaube nicht immer in der Jugend, noch nie hat er irgendwo Flügel gespielt, mit E. Kellenkamp auf dem Flügel und teilweise sogar mit Darida und da hört es dann irgendwann wirklich, also bei aller Liebe, Darida hat er wirklich viel gemacht, aber Darida auf dem Flügel, da hört es dann auf und E. Kellenkamp wurde damals angekündigt, erste Saison nur mal an die Bundesliga gewöhnen, ist ein Zukunftstransfer und dann kommt der Sommer, erste Saison, hat sogar ein paar Tore gemacht, hat teilweise sein Talent sogar aufblitzen lassen, auch in passgebenden Aktionen, erstes Angebot und weg. Aber auch jetzt nicht groß Gewinn bringen, sondern einfach halt mal wieder. Ja, für unsere Verhältnisse war es viel, wir machen ja sonst immer eher Verluste bei Transfers, das waren 2 Millionen plus, also muss man ja wirklich sagen, wir brauchten ja Geld und auch da brauchten wir einen Transferüberschuss, aber da dachte ich mir auch, das ist ja super, wie die langfristige Planung bei uns funktioniert. Wirklich, so über Fußball zu quatschen, unabhängig jetzt auch laut ausgefragt zu werden, macht mir ja mega Spaß, also wir haben jetzt die drei Stunden gefühlt, bis wir online kamen dann, die sind so schnell verflogen, also können wir gerne auch mal fortführen, wenn ich dann auch mal ein Berlin-Spiel geguckt habe, von der Hertha. Donnerstags immer, hast du gesagt, direkt nach meinem eigenen Fußballtraining, gerne. Sehr gerne, also vielen Dank, dass du da warst, Benni auch wieder vielen Dank, es ist immer wieder super, mit dir zu quatschen, privat als auch öffentlich. Benni und ich sehen uns ja jetzt am Samstag das erste Mal, wird auch ein super Tag bestimmt und ich wünsche euch beiden einen wunderschönen Abend, sodass ihr gut ins Bett kommt, nach dem langen Talk. Auch an alle da draußen, kurz Nächtler, sagt man bei uns in Franken. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017